Wir haben ein 24-Parteien-Mehrfamilienhaus in Magdeburg gekauft und es ist uns eine große Freude, dieses Video aufzunehmen, euch davon zu erzählen, weil es um unsere eigenen Immobilien geht und ja, es ist ein, wie ich finde, extrem spannendes Video geworden. Wir haben es gerade eben aufgenommen, zusammen mit Tobi. Wie hast du dich gefühlt im Video, Stefan? Ja, super, weil es aber Spaß gemacht hat, auch mit Tobi. Aber was wir gemacht haben, ist einfach die ehrliche Geschichte. Es ist der größte Deal und bis dahin auch mit Abstand der beste Deal, den wir bis jetzt gemacht haben. Man kann immer an irgendwelchen Details rumdoktoren und über Nachkommastellen diskutieren, aber wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass das klappt und wir sind in dem Video jetzt wirklich in jedes Detail reingegangen, inklusive auch den Unsicherheiten und den offenen Enden, die wir jetzt gerade noch haben, wie genau wir das entwickeln. Und ich freue mich total auf die Reise und ich glaube, das ist ein Video, das du wirklich teilhaben lässt. Ja, also es ist eine echte Momentaufnahme, wie wir jetzt zu diesem Zeitpunkt an diesem Deal stehen. Dabei ist vieles schon in trockenen Tüchern quasi und jetzt gibt es aber eigentlich offene Fragen, die wir nachher wahrscheinlich in vielen Stunden heute Abend mit Tobi diskutieren, also zu dritt. Und den aktuellen Stand, wo wir jetzt Entscheidungen treffen müssen, nicht genau wissen, was wir tun, den gibt es dann zum Schluss auch noch im Video. Und ja, deshalb glaube ich, sehr sehenswert. Viel Spaß mit dem Video und ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Wir haben ein 24-Parteien-Mehrfamilien-Haus in Magdeburg gekauft und wir möchten euch davon erzählen. Ich glaube, es ist ein ganz interessanter Deal, mal von uns selbst. Deswegen möchten wir darüber erzählen, machen ein Video. Wir haben es zusammen gekauft mit Tobi. Deshalb ist Tobi hier dabei. Hallo Tobi. Moin. Hallo Stefan. Hi. Ja, also vielleicht erst mal zum Einordnen. Wir haben jetzt auch ein paar Videos zusammen gemacht. Der eine oder andere hatte ich vielleicht gesehen, auch schon irgendwie auf Instagram oder so. Du bist selber Immobilieninvestor, lebst in Berlin. Du hast eine Firma namens Immovisory gegründet vor einigen Jahren. Hilfst dort anderen Leuten auch Immobilien zu suchen. Zu finden. Zu finden, selbstverständlich, nicht nur zu suchen. Wir haben uns schon vor einiger Zeit kennengelernt. Wir haben dann über einige Treffen hinweg das auch wirklich angebahnt, weil Stefan und ich ja selbst entschieden haben, wir wollen gerne den Hauptteil unserer Zeit weiter in Immocation investieren. Wir wollen aber logischerweise jetzt, wo wir endlich wieder können, auch von den Banken aus und die Selbstständigkeit ist also möglich, in Immobilien investieren. Ja, wir sind grundsätzlich überhaupt erst mal happy, dass wir auch mit dir jetzt investieren dürfen. Also dass wir gesagt haben, wir investieren zu dritt. Man muss vielleicht nochmal auch ganz kurz abgrenzen. Wir sind jetzt nicht Immovisory-Kunden. Das ist deine Firma, das besteht aber aus viel mehr Leuten, sondern wir sind drei Co-Investoren. Wenn du etwas findest, was bei uns reinpasst, dann ist das jetzt typischerweise auch ein Volumen und sind Mehrfamilienhäuser, die du jetzt nicht standardmäßig bei Immovisory als Kunden hast. Genau, also sehr wenige Kunden, die genau an denen standen und diese Bonität einbringen können und wollen, sodass sich das aktuell überhaupt nicht kanalisiert. Muss man auch fairerweise jetzt einordnen für dieses Video. Wir haben uns einen sehr steilen Plan vorgenommen. Glücklicherweise haben wir ganz gut Bonität aufbauen dürfen. Glücklicherweise haben wir auch ein Netzwerk im Rahmen von Immocation, was uns einige Dinge einfach ermöglicht. Und deshalb haben wir vor, einen Haufen Immobilien zu kaufen, mit Co-Investoren zusammen. Ganz konkret in ein paar wenigen Partnerschaften. Eine Partnerschaft davon bist eben du. Unsere GmbH, die jetzt gerade eben gegründet wurde, vor der Aufnahme des Videos. Ist sie eingetragen? Gegründet vor vier Monaten. Heißt TMS, Robi, Marco und Stefan. Also richtig kreativ. Immobilien-GmbH. TMS, Immobilien-GmbH. Okay. Und wir investieren ganz grob im Modell. Wir haben das auch schon im Podcast mal ausführlich erklärt. So ein bisschen ist unser Deal Bonität, Eigenkapital, sicherlich auch ein bisschen Netzwerk, kommt von uns. Du findest die Deals, machst die Entwicklung. Aber natürlich verstehen wir uns auch ein bisschen so irgendwie zusammen als, ich sag mal, ein Startup, was jetzt da gemeinsam einfach ein Immobilienbestand aufbaut. Logischerweise mit dem Ziel, dass wir alle drei dann davon leben können, möglichst bald. So, und jetzt kam es zum Abschluss. Ich meine, eine Sache, weil das, was du gesagt hast, wir wollen da jetzt richtig was, richtig was Großes aufbauen. Das ist überhaupt nichts, was wir selber vor drei Jahren versucht hätten, als wir angefangen haben mit oder vor fünf Jahren mit Immobilien, was wir konnte hätten oder was wir irgendwem empfehlen, der mit Immobilien anfängt. Sondern das geht genau deshalb, weil wir seit Jahren von morgens bis abends nichts anderes machen, als im Immobilienbereich unterwegs zu sein. Genau. Und wir finanzieren das Zeug alles andere als auf Kante. Wir gucken, dass das wirklich auch dann für uns ein sicherer Hafen ist. So, jetzt kommt es eben zum ersten Deal und das ist ein absoluter Traumdeal für uns. Ich sag direkt zu Beginn nochmal herzlichen Dank, dass du diesen Deal gefunden hast, dran geblieben bist. Wir wollen jetzt erzählen, welche Zahlen auch dahinter stecken, was das für ein Haus ist. Insofern fang doch vielleicht du mal an zu erzählen, Tobi. Wie ist der Deal dir das erste Mal begegnet? Tja, das erste Mal ist er mir begegnet über einer der Tools, die ich ja vorhin schon genannt hatte im anderen Video, einer der Crawler-Tools, wurde er online inseriert. Wo man auf den ersten Blick dachte, hat sich vielleicht jemand vertippt oder ähnliches, weil es halt ein Exposé-Preis war, der so zumindest nicht marktüblich war. War auf Immobilienscout auch, ne? Genau, war Immobilienscout und ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt direkt was zu den Zahlen sagen? Ja klar, sag's mal. War, ich glaube knapp 600 Euro auf dem Quadratmeter in Magdeburg, gute Lage auf dem Werder, Wasser links und rechts, fünf Minuten zur Altstadt. Ein schönes Altbauhaus mit 24 Parteien für den Quadratmeterpreis, wie ich vor zehn Jahren eingekauft habe. So, das passte einfach nicht, wo ich dachte, spannend. Was wäre Markt-Kaufpreis-Niveau, würdest du sagen? 1500, so. Also wir haben es dann auch noch bei Price Hubble eine genauere Bewertung gemacht, auch mit dem Zustand, da kommt auch 1300 raus. Okay, das war für 600 den Quadratmeter inseriert. Inseriert, genau, da hatte man dann schon, muss... Quadratmeter sind 1600 Quadratmeter ungefähr, ne? Genau, knapp. Also knapp eine Million Kauf, oder was war das dann? Ne, Inseratspreis war knapp unter 900.000, ja. Ach, 98 oder so. Ja, irgendwie, genau, genau, genau. Sollte nicht dabei bleiben. Genau, sollte nicht dabei bleiben. Also es war dann erstmal interessant, weil natürlich sofort wieder offline genommen wurde, wie es häufig so ist, wenn die Makler dann voll sind an Anfragen, dann nehmen sie es wieder offline, weil sie sagen, wir kommen da nicht gegen an. Und das war da auch so. Wir hatten Gott sei Dank, waren wir in der Rutsche mit drin, wo wir quasi die Chance hatten, da einen Kontakt aufzubauen, sodass wir dann erstmal versucht haben, Informationen zu bekommen. Die waren aber sehr spärlich nur zu erhalten, weil es war nicht ganz so zu durchblicken, was... Warum? Also der Makler sagt, der Verkäufer will nicht verkaufen, gibt noch Unklarheiten, die geklärt haben. Will nicht verkaufen. Ja, also noch nicht jetzt oder es gibt ja immer mal Themen. Manchmal ist es die Steuerfrist, die noch nicht abgelaufen ist oder er hat noch einen Rechtsstreit an der Backe oder sonst was. In diesem Fall auch wie immer rausbekommen, was ist denn hier Sache. Warum ist der Preis so, wie er ist und was sind die nächsten Schritte. Und da kamen wir nicht so richtig weiter, aber es war trotzdem immer ein freundliches Gespräch mit der Verkäuferseite, sodass ich gemerkt habe, es lohnt sich schon dran zu bleiben. Aber es wird keine einfache Nummer. Irgendwie laut Makler 70 anfragen, das kann auch ohne weiteres so sein, weil jeder, der das nicht anfragt, der hat, also jeder, der es gesehen hat, muss es anfragen, der es sich so ungefähr leisten kann. So und das ging dann über einige Wochen, Monate. Es war, glaube ich, November, Dezember letzten Jahres und jetzt haben wir Sommer und sind immer noch nicht Eigentümer. Deswegen einfach mal, um so ein Timeframe auch mal darzustellen. So, das ging dann über ein paar Wochen, Monate, sodass ich immer wieder vertröstet wurde. Du hast dich immer wieder gemeldet. Genau. Ich habe es mir immer wieder auf To-Do gelegt, alle zwei, drei Wochen anzurufen. Auch mal, als wir hier waren, als ich mal im Winter hier war, da rief dann der Rad zurück. Also immer alle zwei, drei Wochen mal anrufen. Wie sieht es denn aus? Und es war nicht so ganz eindeutig zu spüren, woran es denn nun liegt. So und man weiß, man steckt ja nicht drin im Hintergrund. Gibt es andere Kaufinteressenten? Ist das schon an jemanden versprochen worden? Wer versucht da was im Hintergrund? Das steckt man nicht durch, wenn man die Leute nicht kennt. Aber zumindest war der Draht zur Verkäuferseite immer gut genug, um zu sagen, es lohnt sich da dran zu bleiben. Aber immer über den Makler? Immer über den Makler, genau. Und ja, das wurde dann Stück für Stück klarer. Wurde dann aber auch gesagt, alles klar, wir müssen jetzt mal irgendwie, Richtung Preis ein Angebot einfach mal abgeben, um uns zu positionieren. Aus den 70 müssten halt mal weniger werden. Und dann ging es langsam hoch. Wir dachten erst, da haben wir uns auch kurz abgestimmt. Wenn wir eine Million bieten, sind wir schon gut dabei. Aufrunden quasi. Aber das ging dann noch weiter hoch. Ich wollte nur kurz zwischenfragen. Für mich war da eine Riesenzeit dazwischen, in der ich davon nichts mitbekommen habe, weil du einfach dran geblieben bist. Was war die Frequenz, in der du dich gemeldet hast? Drei Wochen, alle drei Wochen so. Alle drei Wochen mit, also es ist angerufen, ich würde gerne nochmal... E-Mail und Anruf. Und ich habe auch die komplette Mannschaft vom Büro alle durchtelefoniert. Also, weil ich... Es gab quasi den Senior, Senior Vater, dann Tochter, ich glaube zwei... Nee, eine Tochter und dann noch drei Büroassistenten. Und ich hatte alle am Telefon. Ja, ja, ja. Schöne Grüße an die Anke ist das, ne? Genau, an die Anke, schöne Grüße. Aber auch an den Senior natürlich. Und die Kollegen auch alle abtelefoniert gehabt, um halt an den Entscheider ranzukommen. Weil den Senior, die Nummer gab es nirgendwo. Es gab auf der Homepage alle Nummern einsehbar, aber glaube ich nicht vom Senior. Oder zumindest habe ich ihn nicht an den Hörer bekommen, die ersten vier Wochen. Und das ging dann Schritt für Schritt weiter, sodass man da halt schon ein Relationship aufbauen konnte, obwohl noch gar nicht klar war, ob der Deal überhaupt zustande kam. Aber einfach durch das Gefühl dieses Relationship-Buildings wusste ich, okay, es lohnt sich dran zu bleiben, kam dann dazu, dass es ein kleines Bieterverfahren wurde, wo halt drei Interessenten, zumindest laut Aussage Maklers, sich jetzt klar positionieren sollen. Und da gab es halt Kriterien, die dem Verkäufer wichtig waren. Und genau, das war ja noch... Lass uns vielleicht jetzt mal direkt die Bilder anschauen. Wir haben tatsächlich dann auch geboten, ohne dass du irgendwie drin warst. Das war alles unter Vorbehalt. Wir gucken uns das noch an. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen für uns kurz mal das Objekt vielleicht vorstellen. Und dann gucken, was eigentlich die Zahlenwelt ist, auf Basis derer wir dann auch in der Lage waren zu bieten. Also wir sehen hier ein Haus jetzt in der Frontansicht. Das hat erstmal vier Geschosse plus da. Da ist es nicht ausgebaut. Korrekt. Ist, ja, was würdest du sagen vom Zustand her? Ja, es ist eine kleine Seitenstraße auf dem Werder in Magdeburg. Zustand augenscheinlich erstmal in Ordnung. Aber so, dass es halt jetzt auch keine größeren Investitionen die letzten Jahre bekommen, gesehen hat. Also irgendwann in den 90ern mal kernsaniert. So, dass aber auch alle Heizungsgas und alles rausgerissen wurde. Alles auf Elektro umgestellt wurde, wo man heutzutage sagen würde... Eigenartige Richtung. Eigenartige Richtung ein bisschen. Aber Eigentümer selber, ursprünglich irgendwann mal Ingenieur, Bauingenieur, glaube ich, gewesen. So, dass er da halt sich ein bisschen eigenwillig auch drin ausgetobt hatte. Genau. Dach ist nicht ausgebaut. Dach ist nicht ausgebaut. Und man sieht hier jetzt von oben so eine Draufsicht. Das hat nämlich einen Innenhof. Da kannst du einmal erklären. Ja, genau. Schön mit Seitenflügel und Hinterhaus. Das sind insgesamt ja die 24 Einheiten. Der Innenhof ist gewöhnungsbedürftig. Stehen sehr viele Wasseraufbewahrungskanister. Sodass halt das Regenwasser bloß alles auch gespeichert wird, damit es ja noch für die Blumen genutzt werden kann. Also auch wieder so ein bisschen die Denke. Alles muss aufgehoben werden. Das war der Verkäufer. Der ältere Herr. Über 80. Genau. Mit dem du dich noch bestens anfreunden solltest. Genau. Das war eine ganz wichtige Voraussetzung, um den Deal zu bekommen. Dass wir da auch einen persönlichen Draht aufbauen konnten. Aber dementsprechend im Innenhof sollten wir ein bisschen was machen. Weil es einfach, warum stehen da ein paar hundert Liter Regenwasser? Aber aus so einem Innenhof kann man ja was Wunderschönes machen. Also ein schöner, begrünter, ruhiger Innenhof ist ja phänomenal eigentlich. Also ist tatsächlich auch jetzt, so sah er bei der Erstbesichtigung aus. Das war halt noch im Winter. Und jetzt, wo ich zuletzt da war, war es tatsächlich sehr schön grün. Also das Regenwasser wurde auch genutzt zum Bewässern. Wenn wir eine Sache zum Zustand sagen, das hatte ich mir damals mit dem Markus Rehkugler noch ganz genau angeschaut. Das ist die Draufsicht. Das kann man hier jetzt nicht erkennen. Wir haben ja auch einige Zuhörer, die sehen gerade sowieso gar nichts. Also es geht noch ein Riss vom Dach aus über zwei Stunden. Bis zum zweiten Fenster runter, sodass man, also groß genug, dass man darüber sprechen müsste, sollte. Da haben wir sowohl euer Feedback aus dem Netzwerk eingeholt, als auch, dass ich noch mit dem Statiker vor Ort gesprochen habe, der mal vorbeigefahren ist. Wurde aber von allen Seiten als nicht kritisch betitelt. Also wo jetzt im Raum stand, ob das Gebäude da irgendwie absackt nach und nach. Wir haben halt in Magdeburg die Elbe, die auch immer mal wieder über die Ufer tritt, sodass die Gefahr besteht, dass sich auch Bewegung im Boden ist. Grundwasser war auch die letzten 20 Jahre zweimal im Keller, hat quasi von unten hochgedrückt, sodass das schon auch ein Thema ist. Aber zumindest Statiker, die auch sich regional auskennen, haben erst mal gesagt, das sieht nicht gefährlich aus. Ja, genau, weil es da auch eine spezielle Art von Boden gibt, die das hervorrufen kann. Das hat aber eben, dieser Boden ist dort nicht, wusste der Statiker dann vor Ort. Also den Tipp haben wir bekommen, das mal nachzufragen. Und was im Moment die wahrscheinlichste Vermutung ist, das ist so ein leichter Ärger raus, dass die Decke dort, also die Holzbalkendecke, da vielleicht so ein bisschen nachgibt. Und der Tipp war auf jeden Fall, wenn wir Wohnungen sanieren beim Mieterwechsel, wenn wir da mal den Boden aufmachen an der Stelle und mal gucken, ob man die Balken möglicherweise etwas unterstützen muss. Das ist so das, was ich im Kopf habe, was die wahrscheinlichste Erklärung im Moment ist. Es ist eine pure Sprektion, muss man auch fairerweise sagen, das wissen wir auch überhaupt nicht. Was haben wir ganz grob gemacht? Ich habe mal gefragt, unsere Leute so, was ist in so einem Worst Case? Mach mal Teufel an die Wand, mach mal Haus sagt ab und so weiter. War so die Aussage 150.000, 200.000 Euro. Das macht den Deal Granaten viel schlechter, aber es ist noch nicht so, dass es irgendwie jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden wäre, wenn man das nachher auf den Kaufpreis oben drauf tun würde. Das ist dann irgendwann erwartungswert. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit glauben wir, dass das passiert? Es ist sehr unwahrscheinlich. Es ist sehr unwahrscheinlich und selbst dann ist der Deal nicht im Arsch. Also darf uns das jetzt nicht vom Kauf abhalten, weil wenn wir jetzt rausfliegen, dann verpassen wir die 95% Chancen, einen sehr guten Deal zu machen. Also der ist schon quasi am Arsch. Das würden wir nie kaufen dann noch für 200.000 mehr, glaube ich. Aber bei 5% wahrscheinlich, so haben wir gedacht. Also ich meine, wir wären immer noch weit unter Marktpreis. Ja, okay. Ja, hast recht. Aber zu den Zahlen haben wir jetzt vielleicht noch gar nichts gesagt, oder? Ja, warte, ich möchte dazu nämlich ein Bild noch zeigen. Das müssen wir auch kurz beschreiben für die Zuhörer. Also wir sehen hier einen Teppichboden und wahrscheinlich einen Raum, der in den 90ern so ein bisschen gemacht ist. Und da steht ein Schreibtisch und ein Schrank und so drin. Und es steht da auch drin, das ist also mitverkauft worden. Genau, da haben wir grandiose Möbeljahr mit übernommen. Zum Teil vielleicht gestaged quasi. Ja, quasi 90s gestaged schon. Ja, also auch da natürlich wichtig in der Besichtigung dem Verkäufer das Gefühl geben, dass man das absolut wertschätzt, was er da gemacht hat. Weil für ihn war das halt eine sinnvolle und schöne Möblierung, die den Mietern sehr gefallen hat. Die ist jetzt, kann ich das, war so, also 90, das ist das, das ist all das muss, das muss eigentlich raus. Ja, na klar. Das ist auch mit dem Teppich und so, also so wie das jetzt hier aussieht, ist das sehr, 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 sehr altbacken. Und wenn man sich möblierte Vermietung vorstellt heutzutage, dann stelle ich mir was ganz, ganz anderes vor. Genau, also war auch eher mit dem Augenzwinkern gerade, weil das halt natürlich auch hilft, dann eine Connection aufzubauen, wenn man dem dann bestätigt, dass das ja super ist. Du kannst vielleicht mal kurz das Vermietungskonzept erläutern oder was wir da für eine Mietsituation haben. Ja, wir haben hauptsächlich Studenten da drin, einfach aufgrund der sehr günstigen Mieten. Es sind ja knapp 3,20 pro Quadratmeter Miete aktuell. Die waren einfach, ich vermute, ein abgezahltes Haus. Die waren total fair und haben das so durchlaufen lassen seit den 90ern zu denselben Mietkonditionen und hatten natürlich immer genug Mietinteressenten bei dem Preis. Und die Uni ist halt nur zehn Minuten zu Fuß. Also dementsprechend kann das schon sehr gut funktionieren. Aber wir haben natürlich vor, da ein bisschen was zu investieren, dass das auch wieder zeitgemäß aussieht dann. Genau, also du hast gerade ganz lapidar gesagt, für 3,20 Euro den Quadratmeter vermietet gerade. Das ist halt total under-rent. Das ist natürlich auch ein Preis drei, also ein Preis sechs. Sechs Euro ist normal so Marktmiete. Also genau, Neuvermietung, sechs Euro irgendwie ohne Dreh. Genau. In einem auch moderaten Zustand, soweit ich das bisher online analysieren konnte. Das werden wir noch genau rausfinden. Wir bringen uns auf 63.000 Euro jährliche Netto-Kaltmiete in Ist-Zustand. Genau, der sich jetzt aber nochmal ein bisschen verändert hat, weil im Zuge des Verkaufsprozesses sind jetzt drei Wohnungen leer geworden. Ja. Die er gefragt hat, ob er denn an die ganzen Interessenten, die da wären, neu vermieten sollte, wo wir dann erstmal gesagt haben, wir wollen wahrscheinlich ein bisschen was ändern. Insofern gerne Abstand davon nehmen. Und jetzt ist bei so einem Objekt ist ja tatsächlich das Beste, was uns passieren kann eigentlich, dass Menschen ausziehen, weil wir dann nicht uns mit 20% Mieterhöhung über irgendwie Marktmiete nach und nach irgendwo hin robben müssen. Also wir können jetzt einmal überlegen, sprechen wir gleich noch drüber, was tun wir jetzt mit so einer Wohnung, um dann eine Marktmiete zu bekommen, also von Quick and Dirty und man versucht irgendwie an die 6 Euro ranzukommen oder macht man tatsächlich sowas wie Möblierung oder so, aber wir können halt jetzt direkt diesen Sprung machen, Miete im Prinzip verdoppeln dann. Ja, in der Theorie, wobei wir in Magdeburg das Problem haben, dass es keinen offiziellen Mietspiegel gibt, das heißt Miet, also zumindest Mietsteigerungen müssen über Vergleichswohnungen argumentiert werden, haben mir die lokalen Verwalter seit den einigen Jahren, wo ich ja jetzt Eigentümer bin, dort mühsam, schon mehrfach erklärt. Du hast auch andere Immobilien in Magdeburg. Genau, genau, so dass wir tatsächlich entweder im Bestand eines Verwalters eine Wohnung finden müssen, die dann zu unserem Match dann passt und mit Elektro gar nicht so einfach. Ja, aber was ja Ideen. Weil wenig haben wir Elektroheizung. Okay, aber jetzt mal angenommen, wir vermieten die jetzt mit Elektroheizung, wir machen die jetzt und vermieten die mit Elektro neu, dann haben wir irgendwann selber die drei Beispiele im gleichen Haus mit komplett gleichen Rahmenbedingungen und das fungiert dann. Das ist wiederum super für uns natürlich, dass wir uns selber die Vergleichswohnung schaffen, was tatsächlich erlaubt ist. Genau, was erlaubt ist, ja. Also für jeden, der sich jetzt noch gefragt, kaufen wir einfach nur irgendwie Häuser, um dann die Mieten zu erhöhen, das ist natürlich Quatsch. Also selbstverständlich erhöhen wir die Miete, die heute auf 3,20 Euro ist. Ich glaube, das ist auch jedem klar, der dort wohnt, dass das eine absolut extrem günstige Miete gerade ist. Aber wir investieren auch dafür und wollen tatsächlich uns in dem Mietmarkt entwickeln, in ein Segment, wo das dann auch der faire Marktpreis ist. Wir wollen hier nicht einfach überzogene Mieten in irgendeiner Form durchsetzen. Darum geht es überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber es gibt auch keinen Grund, also tatsächlich nicht irgendetwas zur Hälfte der marktüblichen Miete zu unterhalten. Und dann, da hat ja auch keiner was von, wenn dann die Bausubstanz nach und nach verkommt, weil man nicht das Geld einnimmt, um so ein Gebäude zu unterhalten. Also das ist auch im Sinne von weder der Stadt noch sonst irgendjemand. Genau. Dann lass uns mal zurückkommen. Wir sind jetzt beim ersten, also dann waren die ein paar Monate vergangen, glaube ich. Jetzt war klar, okay, jetzt soll wirklich verkauft werden. Jetzt müssen wir auch mal Preise nennen. Und dann ist es leider ein bisschen nach oben gegangen. Das waren sehr teure Stunden. Ja, das waren ja echt Stunden, glaube ich. Oder ein, zwei Tage. Also auch da wieder wie immer Einfangen der verschiedenen Stakeholder, Interessensteilnehmer, wer möchte was. Und da hat sich halt herauskastellisiert, der Preis muss höher. Und ja, wie können wir uns sonst noch interessant positionieren für den Verkäufer? Dem Verkäufer war Sicherheit ein sehr großes Thema. Der hatte, glaube ich, so noch nie eine Immobilie verkauft. Das heißt, ihm war wichtig, dass er absolut sicher sein kann, dass das Geld da ist und dass es nicht über eine Finanzierung läuft. Er wollte also nicht veräußern an jemanden, der eine Bankfinanzierung braucht. Das sollte auch so im Notar, im Kaufvertrag drinstehen. Und damit war natürlich ein Großteil der Interessenten raus, weil es haben viele natürlich Schwierigkeiten, sowas aus Barmitteln zu belegen. Und das war das eine. Und dann natürlich noch die Preisfindung an sich, dass wir mit dem Makler auch einig werden. Und ja, genau. Ja, also vielleicht können wir, sagen wir gleich noch was zum Bieten. Ich möchte gerade die eine Story erzählen, wo ich selber involviert war. Wir haben dann mit dem Verkäufer erst mal nur über einen Anwalt kommuniziert. Das war die ganze Zeit auch schon so. Ich muss mal vorweg schicken, ich hatte auch noch ein Gespräch mit der Maklerin, eben besagter Anke, Maklerbüro WG-Haupt übrigens. Also, ja, genau, Grüße können wir empfehlen in Magdeburg. Absolut. Haben uns sehr geholfen. Und sind auch Architekten und so. Und ich hatte mit ihr dann auch ein Gespräch und habe, ja, einfach gefragt, was man irgendwie tun kann, dass wir dann nachher am Ende den Zuschlag bekommen und so. Und wir haben uns, glaube ich, einfach gut verstanden, haben gesagt, gut, vielleicht können wir auch nochmal helfen bei dem einen oder anderen Online-Marketing-Ding, wo wir uns auskennen. Das hilft vielleicht dem Maklerbüro auch, also da können wir noch ein bisschen was reingeben. Das ist das, was ich da erlebt habe in der Akquise noch. Und das Zweite war dann das Gespräch mit dem Anwalt. Und das war sehr interessant, weil da ging es dann eben um ein Notar-Anderkonto. Also, was ja eben bedeutet, dass man wirklich, dass der, der, der wollte das auch in voller Höhe, den Kaufpreis vor dem Kauf auf ein Notar-Anderkonto legen. Dass er weiß, das ist bei uns vom Konto weg. Was es kaum noch gibt, ne? Was es kaum noch gibt, was die meisten Notare nicht mal machen. Die sagen, ich mache das nicht in voller Höhe, weil das echt unüblich ist. Weil das zu sehr zu Lasten des Käufers geht. Das Problem war aber nur... Ein Notar-Anderkonto ist quasi ein Treuhandkonto, das auf den Notar läuft, wo man das Geld hinüberweist von der Bank, von wo auch immer. Und im Prinzip liegt der Kaufpreis da fertig für alle sichtbar. Und erst dann wird eigentlich der Eigentumsumschreibungsprozess angestoßen. Genau. Und wir hatten also das Geld nicht organisiert zu dem Zeitpunkt von den Banken und nicht bar auf dem Konto liegen. Und das habe ich in dem Gespräch auch dem Anwalt gesagt. Ich weiß nicht, du hast danach gesagt so, wer weiß, ob das gut war, dem zu sagen, dass das Geld nicht einfach so da rumliegt. Ich sage immer, ich bin eigentlich gerne zu allen so offen wie möglich, aber nicht zu Anwälten. Ja, 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 ja. Aber der Punkt, auf dem wir uns... Und das war für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt da, das zu kapieren. Aber dann habe ich gesagt, was ist, wenn wir garantiert zwei Tage vorm Notartermin das gesamte Geld dahin überwollen. Bis dahin haben wir das organisiert. Da haben wir mit einem Haufen Banken gesprochen. Es ist dann bei dir wahnsinnig viel Arbeit entstanden. Ich hatte schlaflose Nächte, also ernsthaft schlaflose Nächte. Aber wenn wir das, also ich habe es, das ist schön, ich habe es versprochen. Und der Stefan hat die schlaflosen Nächte gehabt. Das haben wir manchmal auch anders. Ja, ja, ja. Und dann das zu ihm gesagt, ich weiß halt nur nicht, wie lange es dauert. Und dann war so ein ganz entscheidender Satz so, das ist dann aber nicht schlimm, dann ist das halt in vier Wochen. Also dem Verkäufer kommt es nicht auf jede Woche an. Wenn der sicher weiß, sie machen das mit dem Notar an der Konto, dann ist der total happy. Und ich dachte erst, wir müssen uns mega beeilen, dass wir jetzt diesen Deal irgendwie closen. War aber egal. Hauptsache, wir akzeptieren die Notar-Under-Konto-Bedingungen. Auch da wieder ein typisches Beispiel, wenn sehr viele plötzlich in diese Kette eingebunden werden. Es gibt Anwälte, es gibt Makler, es gibt dann Verkäufer und Käufer. Und alle sprechen untereinander so ein bisschen. Stille Post, ne? Stille Post. Der eine sagt, es muss ganz schnell gehen, weil der Makler will vielleicht schnell den Deal closen. Der Verkäufer sagt, alles entspannen. Der Anwalt sieht noch Probleme um die Ecke, weil wir vielleicht gesagt haben, und noch haben wir das Geld nicht, was wir ja effektiv nicht hatten und auch so offen, transparent gesagt haben. Und als es sich dann rauskristallisierte und dann hat der Notar erst in sechs Wochen wieder Termine frei, haben wir gesagt, Gott sei Dank, erst in sechs Wochen. Ist nicht schlimm, machen Sie. Haben wir Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, das Geld zu organisieren. Und dementsprechend sauviele Punkte, die ineinandergreifen müssen, dass sowas auch klappt. Der entscheidende Punkt war, das konnten wir problemlos tun. Also kaufen tut man, guten tut die Feuerwehr, aber gekauft wird beim Notar. Das heißt, wir können im Prinzip bis zu dem Tag, wo dann wirklich der Notartermin ist, entweder haben wir bis dahin das Geld oder wir unterschreiben nicht. Aber weil wir halt zuversichtlich waren, wir kriegen das organisiert, konnten wir das tatsächlich so machen. Wir hatten ja die wildesten Fantasien, also dass dann spontan leider, wir sind alle nur gemeinsam vertretungsbefugt und einer kann dann nicht zum Notartermin kommen, jetzt muss der doch noch mal zwei Wochen verschoben werden. Also wir haben ja Strategien für Woche um Woche quasi liegen gehabt, wo wir noch Zeit rausschwitzen, weil wir den Deal nicht gehen lassen wollten. Und gleichzeitig dazu immer dann, aber nicht nur kompetent, wollte ich gerade sagen, aber committed sein und selbstbewusst auftreten zu sagen, es klappt, es klappt, es klappt auf jeden Fall. Das ist halt das, was wichtig ist. Du hast dann irgendwann den Verkäufer auch kennengelernt, wo man am Anfang wirklich dachte, der Anwalt ist die Hürde, also nicht die Hürde, der war ein sehr netter Anwalt, der auch geholfen hat am Ende. Aber wir dachten, wir sollen nicht mit dem Verkäufer sprechen. Du hast ihn aber dann bei einer Besichtigung, die wir dann irgendwann auch bekommen haben. Genau, wir haben, nachdem wir dann das höchste Gebot mit, oder das gleich höchste Gebot wie der andere Höchstbietende geboten haben. 1,25 Millionen am Ende. Korrekt, haben wir die Möglichkeit bekommen, den Verkäufer kennenzulernen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich schon auch das Gefühl hatte, wenn man den erstmal kennenlernt, dann wird das schon irgendwie. Weil ich hatte bisher ganz selten Situationen, wo ich das überhaupt nicht geklappt hat. Insofern war dem dann auch Gott sei Dank so. Und man wusste ja auch vorher stille Posten mäßig nicht, wo ist denn jetzt das Problem die ganze Zeit hier. Und ich glaube, das war dann der entscheidende Termin, wo wir sehr gute Verbindungen aufbauen konnten. Corona-Zeiten, Besichtigung mit einem über 80-Jährigen, schwierig. Aber wenn man da mit Fingerspitzengefühl rangeht, das hat alles super geklappt dann. Also ich kann es mir richtig vorstellen, wie du als netter Schwiegersohn so ein bisschen da auftrittst. Kann ich mir perfekt vorstellen. Was dann auch wirklich entscheidend war, weil das haben wir dann beim Notar wirklich gemerkt. Also da habe ich gemerkt, da war ich dabei und habe gemerkt, dass ihr eine echte Bindung hattet. Also der hat dir vertraut und der war aber ja, es gab schon mal vorher einen Notartermin, da wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Da ist er aufgestanden und gegangen, weil da was drin stand, was ihm nicht gepasst hat oder was er vielleicht nicht richtig verstanden hat in dem Moment. Und ich war die ganze Zeit nervös in dem Notartermin, weil wirklich immer mal wieder, der Notar, das war auch noch einer, der hat die ganze Zeit erklärt. Der hat jeden einzelnen Satz dann nochmal erklärt, das bedeutet für sie, damit da keine Gefahr ist, falls das passiert. Das ist ja genau richtig. Also dass ein Notar einem Mitte-80-Jährigen, wenn er für eine Million Euro etwas verkauft, das erklärt, ist ja genau die Aufgabe. Aber jeder Satz klingt halt gefährlich. Also stellen Sie sich vor, die, keine Ahnung, hauen einfach ab mit dem Geld. Also das ist ein Blödsinn, was ich jetzt gesagt habe. Aber solche Formulierungen hat er halt gebracht. Oh Gott. Aber der hat immer nur, der hat einen Tobi angeguckt, beide abgenickt. So stark. Richtig stark, Tobi. Richtig stark. Ich wollte einen Punkt nochmal. Also ich weiß noch, diese Tage, wo das auf der Kippe stand und wir uns dann entschieden haben, wie wir das jetzt machen, diesen Plan aufgestellt haben. Ich wirklich dann teilweise richtig, richtig mies geschlafen habe deshalb. Das hat sich angefühlt wie, das geht nicht und komm, lass uns das einfach hinschmeißen und lass uns, da kommt irgendwann ein Deal, der dann funktioniert und gut ist. Aber genau da, alle drei, an drei verschiedenen Baustellen, die wir da unterwegs waren, dran zu bleiben und dass wir uns da durchgebissen haben und immer, okay, nein, komm, lass uns Plan B, Plan C, Plan D. Wir machen alles, was irgendwie die verrücktesten Dinge haben wir alle gleichzeitig gemacht. Wir haben das Netz mit vier Böden dann irgendwann genannt und haben gesagt, okay, pass auf, wir haben Plan A, wenn der nicht glaubt, haben wir Plan B, wenn der nicht glaubt, Plan C, wenn der nicht glaubt. Und das war brutal viel Aufwand. Aber jetzt heute rückwirkend haben wir einen, wir kommen gleich noch zu den Zahlen, einen mega geilen Deal gemacht und es ist halt einfach nur eine Geschichte und der Schmerz ist dann einfach vergessen. Also was ich für mich mitgenommen habe, egal wie groß dieses Tal der Tränen ist und wie scheiße sich das in dem Moment anfühlt, ist egal hinterher, das Ding haben wir jetzt für immer. Genau, für immer ist ein schönes Stichwort und zum Zeitrahmen, dieses ganze Tal der Tränen, das waren über sieben Monate, also von Erstkontakt zu Notartermin. Ich fand diese 1-2-Closing, ich fand es mega geil. Ich komme ja aus dem Vertrieb. Die 1-2 was? Die 1-2 Wochen, in denen das Closing wirklich war, wo Stefan gerade auch meinte, es war richtig, richtig hart. Das für ein Finanzer ist das so viel, da will wir Ordnung im Thema haben. Da geht mein Energielevel auf 200 Prozent, so Tobi, ruf wieder an, bieten wir nochmal hoch und so und das war, finde ich mega gut. Doch, hat auch sehr Spaß gemacht. Das Hochbieten fandst du geil, was wüsst du für Heidi? Nee, aber war ja auch eine schöne erste Feuerteufe oder so, für eine neu gegründende Gesellschaft. Genau, die wir ja auch dann irgendwie im Hauruck-Verfahren noch eine Gesellschaft gründen mussten, die dann auch in Gründung das Ganze noch kaufen musste. Was auch irgendjemand dem Verkäufer erklärt hat, weil das ja auch, oh, da kauft jetzt eine GmbH. Genau, der hat halt gefragt, warum ich es denn nicht selbst kaufe oder warum als Gesellschaft. Und dann haben wir, ach, da stimmt, wir haben sogar einen Brief geschrieben, jetzt erinnere ich es wieder. Wir haben einen Brief geschrieben, wo wir alles erklärt haben, warum wir es so machen, wie wir es machen. Also, ja, etwas sehr speziell, aber ist dann Geschichte für die Bücher. So, und jetzt lass uns mal Zahlen machen. Also, grundsätzlich viel diskutierter Deal. Ich habe mit vielen Leuten dazu gesprochen. Jetzt machen wir mal ein bisschen so unsere Kalkulation dazu. Eine Sache vorweg eben, wir haben für 780 Euro auf dem Quadratmeter gekauft an einem Markt, wo ich glaube, dass wir locker zwischen 1300 und 1500 Euro da eigentlich liegen. Das ist ein brutaler Einkaufsgewinn erst mal. Ja, klar, wobei der Zustand, wenn man den Zustand so eins zu eins betrachtet, würde ich jetzt nicht die 1500 sehen. Nee, nee, überhaupt nicht, genau. Also, auf gar keinen Fall, weil A, Zustand von den Wohnungen einfach altbacken ist und B, die Mieten ja extrem im Keller sind. Deswegen kann man überhaupt auch so einen Deal so günstig machen. Wir haben kein Interesse, das, ich sage jetzt mal, jemals wieder zu verkaufen, sondern wir wollen das jetzt ganz solide auf ein gutes Niveau bringen und dauerhaft da das passive Einkommen genießen. Was aber auch erst in 3, 4, 5 Jahren kommt. Ja, genau, das können wir gleich jetzt spekulieren, was uns da genau gelingt. Wir gehen da, wie gesagt, mit dem Startup-Spirit ran. Wir gucken jetzt, was wir da genau rausholen. Dass das Ding aber erst mal granios im Einkauf war und uns langfristig extrem viel Spaß machen wird, da habe ich null Zweifel dran. Also, 63.000 Euro, ich habe jetzt hier so eine Tabelle mal von, wir erhöhen die Mieteinnahmen, wir steigern die Mieteinnahmen. Jetzt könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen. 63.000 Euro ist, was, 5% Mietrendite, ne? Ist 5% Mietrendite auf 1,25 Millionen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses, wir kaufen nicht, also wir schauen auch heute eigentlich beim Einkauf nicht darauf, was hat ein Objekt im Ist. Das ist tatsächlich im Prinzip egal, mehr oder weniger, solange es einen klaren Plan gibt dahin, dass es dann eben sehr rentabel hinten raus ist. Weil das, am Ende ist das einfach nur, okay, da fehlt ein bisschen Cashflow für 2, 3, 4 Jahre, weil das noch nicht entwickelt ist. Aber lieber etwas, das heute 5 hat und hinten raus 9, als etwas, das heute 7 hat und das kommt dann auf 7,5. Ja. Weil wir haben das dann 30 Jahre bei 9, ne? Ja. Glaube ich, ganz wichtig für ein Verständnis. Genau. So, jetzt kann man sagen, also Mieten steigern 20%, ganz normal irgendwie im Bestand. Klar, dann wäre das ein 6%, dann hätte man 75.000. Jetzt im... Wofür auch kein Invest erforderlich wäre, weil das ist einfach im Bestandsverhältnis. Genau. Und jetzt machen wir einen, ich mache mal kurz den extremen Sprung. Sagen wir, wir machen da irgendwann 125.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Wann auch immer dieser Tag in der Zukunft kommt, glaube ich, er kommt irgendwann, das wäre 6,50 Euro auf dem Quadratmeter. Was die Marktmiete dort ist. Was die Marktmiete ist, heute schon, wenn du es komplett entwickelt hast, dann wäre es auf den Kaufpreis ein 10%. Auf den Kaufpreis, wobei fairerweise wir bis dahin sicherlich ein paar hunderttausend Euro da reinstecken. Genau, das ist jetzt eben die Frage, über die man jetzt dann auch sprechen muss, ist, also jetzt gibt es ja eigentlich die Cashflow-Rechnung dahinter. Jetzt kann man, vielleicht gehen wir da mal rein, sagen, okay, was nehmen wir denn an, geht uns von der Mietrendite weg und was bleibt dann das Cashflow übrig? Bankrate plus Rücklagen für Instandhaltung, die wir auch wirklich brauchen zum Investieren, plus Kosten für die Verwaltung, plus Rücklagen für Mietausfall. Ich glaube, wir können uns einigen bei 5 bis 5,5%, oder? Das haben wir vorhin mal... Wollte ich gerade sagen, ich rechne jetzt immer eher pro Quadratmeter, ihr rechnet jetzt immer pro prozentual. Ihr rechnet dann um, damit was auf die Mietrendite, das ist schön einfach. Wenn man jetzt, wenn man einfach sagt, man nimmt, und da wird viel drüber gestritten, wir sind gerade auf dem Trip, dass wir diese Standard 1 Euro pro Quadratmeter und Jahr für falsch halten, wenn man da ernsthaft... Ja, 1 pro Monat, 12 Euro pro Quadratmeter und Jahr, das ist oft bemüht für Rücklage. Wenn man damit wirklich das ganze Haus mit allen Gewerken langfristig in Stand halten will, ohne Kapitalbeschaffung, ohne Geld von außen und wenn man die Wohnungen auch in Stand halten will, Bäder und was auch immer, dann ist das unserer Meinung nach zu wenig. Kann man sich wunderbar darüber streiten, es gibt die Petersche Formel, also da kommt man auch bei deutlich mehr in der Regel raus. Das, lass uns sagen, 20 Euro pro Quadratmeter und Jahr legt man zurück und man hat einen Einkaufspreis von ungefähr 1.000 Euro, in diesem Fall ja sogar eigentlich nur 800 Euro, dann sind das 2, 2,5 Prozent des Kaufpreises pro Jahr, was man alleine nur für den Standhaltungsrücklage braucht. Da kommen, wir kommen immer vom Quadratmeter und kommen dann da hin. Aber ob Verwaltung mit reingerechnet? Nee, die Verwaltung kommt ja eigentlich dann nochmal, das sind dann, sagen wir mal, 30 Euro pro Einheit pro Jahr, 20 pro Monat. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch in der Verhandlung mit denen und da nehmen nicht die Münchner Preise, sondern gerne die Magdeburger. Also 20 pro Monat pro Einheit oder das sind 240 Euro im Jahr, jetzt ist so ein Ding im Schnitt 50 Quadratmeter los, groß kommt das hin? Das sind 24 Wohnungen. Ticken größer, ja. Also sind es im Schnitt 50 Quadratmeter. Ja. Genau. Das heißt, 220 durch 50 sind nochmal 5 Euro im Monat. Ist das die richtige Rechnung? Du willst jetzt einfach, ich würde einfach 24 mal 20 nehmen. Ja, sind 24 Einheiten mal 20 Euro Verwaltung. Nee, ich wollte auf den Quadratmeter runter. Das sind 5 Euro pro Quadratmeter und Jahr für die Verwaltung. Achso. So, zusätzlich zu den 20. Jetzt sind wir damit also eigentlich bei zweieinhalb, bei 800 Euro sogar bei, 800 Euro Kaufpreis sogar bei drei Prozent für die Kosten in Summe. Und da kam das her. Jetzt kommt da eigentlich ja noch mindestens ein Prozent Tilgung drauf. Zwei Prozent, mindestens zwei Prozent Tilgung, mindestens ein Prozent Zinsen. Jetzt machen wir das nicht 100 Prozent finanziert. Aber da bist man sehr schnell eigentlich eher bei fünfeinhalb Prozent, die man braucht. Vielleicht an der Stelle auch interessant für alle, die da zuschauen. Haben wir das in unser Tool eingegeben? Haben wir eine exakte Cashflow-Berechnung gemacht? Selbstverständlich. Wir haben das irgendwie ausführlich durchgerechnet. Heißt es deshalb, dass das auf die Nachkommastelle so genau passiert? Nein. Wissen wir das heute? Auch nein. Wir diskutieren jetzt gleich darüber, wie wir da sanieren. Und zwar tatsächlich heute Abend, nachdem wir uns ausführlich nochmal besprechen gleich. Weil wir stehen kurz vorm Eigentumsübergang. Wir haben die drei leerstehenden Wohnungen. Ich mache mal kurz die Rechnung fertig. Also 5,5 ziehen wir ab. Das heißt, wenn wir das auf, was sagen wir perspektivisch machen, ein Achtprozenter ist in greifbarer Nähe. Da müssen wir im Prinzip. Das ist die Mieterhöhung, die normale gesetzliche Mieterhöhung heute in drei Jahren quasi. Plus jetzt die drei Wohnungen, die wir eh schon auf Marktniveau vermieten können und so. Also ein Achtprozenter irgendwie kriegen wir hin. Das heißt, wir haben einfach. Für die ganz genauen, ja, wir müssen vielleicht ein kleines bisschen Geld investieren für die drei Wohnungen, die wir jetzt am Markt vermieten. Genau, weil die Rücklage sich ja erst über die Zeit aufbaut. Das kann man dann später sinngemäß wieder ausziehen. Aber ja. Gemeinschaftsflächen ein bisschen. Ja, genau. So, dann haben wir 1,25 Millionen Kaufpreis. Und jetzt kann ich eine ganz simple Cashflow-Rechnung quasi machen. und sage von 5,5 Prozent, die von der Mietrendite weggehen, ja, bleiben noch 2,5 übrig auf den Kaufpreis, die unser Cashflow sind. Weil 8, genau. Also 8 minus 5,5 ist 2,5, ne? 0,025 ist gleich 31.000 Euro. Also, ich sage mal, passives Einkommen vor Steuern für uns drei, ne? Was da im Jahr übrig bleibt. Genau. Wenn wir das jetzt zu einem 10 Prozent... Ab 2,24 oder... Ja. Oder 2,25, wie auch immer. Genau. Wenn wir das zu einem 10 Prozent entwickeln über die Zeit, dann werden daraus eben logischerweise, kommen nochmal irgendwie so grob 20.000 drauf oder so, dann haben wir da über 50.000 Euro Cashflow. Genau, aber für den 10-Prozenter ist das eigentlich Quatsch, das noch auf die 1,25 Millionen zu beziehen, weil wir das nicht für 6,50 Euro pro Quadratmeter durchgehend vermietet kriegen, ohne nochmal Geld zu investieren. Aus diesen Rücklagen glaube ich nicht, weil wir müssen ja auch was ansparen für die großen Gewerke. Ja, genau. Das ist jetzt eben die Frage. Und jetzt ist es gerade interessant. Also, ich glaube, wenn man jetzt in eine Wohnung zum Beispiel 3, 4 oder 5.000 Euro investiert, dann hat man die durchrenoviert und kann sie neu vermieten. Das ist auch wieder sportlich, die Gewerke. Ja, also kommt drauf an, was man macht, aber glaube ich geht. Wir haben auch schon Preise gesehen über Margin jetzt, wo ich sage, da werden die halt renoviert. Aber jetzt, genau, jetzt ist ja so ein bisschen, jetzt steht Grundrissveränderung an. Und was sind die Sachen, die wir diskutieren? Genau, also wir haben zum Teil Duschen in den Küchen stehen und Klos, die komplett mit Rohren verbaut sind und ein Quadratmeter großes Klo. Das ist höchstens ein Abstellkammer daraus machen. Also, auf jeden Fall sollten wir gucken, dass wir da ein bisschen rangehen, dass es einigermaßen zeitgemäß ist. Dann kann man darüber streiten, was macht man mit diesen Rohren, die halt zum Teil so rumlaufen. Macht man das einmal gerade? Oder was macht man mit den Elektroheizungen? Steht noch eine Sache ja auch dahinter, oder? Wenn wir das Dachgeschoss möglicherweise ausbauen wollen, ob wir dann jetzt dafür sorgen, dass man oben dann Heizungsrohr auch hochlegt. Genau, das auf jeden Fall. Und das haben wir ja noch gar nicht betrachtet. Wir haben 200 Quadratmeter Dachgeschoss. Wenn wir das ausbauen, kostet das erstmal viel Geld, aber bringt auch einen ordentlichen Mietzuwachs. Genau, wofür wir jetzt aber erstmal verstehen müssen eigentlich. Also Dachgeschoss kostet, keiner weiß, kostet wahrscheinlich 1.000 Euro aufwärts pro Quadratmeter, das Ding da auszubauen. Kommt wieder darauf an. Kommt wieder darauf an. Lass uns mal sagen, 1.000. Ich habe mich gerade wieder mit Leuten und da gesagt, locker für 500 in Quadratmeter, die halt Profis sind. Genau, auch schon 1.500 gehört von anderen Profis. Aber ich glaube, es hängt auch total von der Situation ab. In Berlin höre ich eher 2.000. Ja, das hängt auch. Also keine Ahnung. Also wenn du dann irgendwie mit Brandschutz und so auf einmal mega den Puff zusammen hast. Wenn es Dach anheben muss, was anderes müssen wir aber nicht in dem Fall. Worauf ich hinaus wollte, ist, das ist ja wieder eine eigene Rechnung. Also das muss sich in sich lohnen. Du hast da jetzt, ich nehme jetzt 1.000, weil es einfach ist. 1.000 Euro pro Quadratmeter. Jetzt musst du ja wissen, was kriegst du jetzt als Miete für quasi Neubaustandard oben, wenn das Haus drumherum in Ordnung ist. Und das müssen wir erst mal herausfinden, bevor wir so eine Entscheidung jetzt treffen sollten. Also es ist jetzt eigentlich gerade ein großes Experiment, das vor uns steht, herauszufinden, was, womit kriegen wir denn jetzt? Also weil, klar können wir jetzt einfach alles einfach schön machen. Sehr, sehr viel Geld in dieses Haus investieren. Da merkt man am Ende, das wird überhaupt nicht groß honoriert in der Miete. Dann war das wahrscheinlich nicht clever. Wenn die Gemeinschaftsflächen noch nicht dem Standard widerspiegeln, dann hast du ein superschönes Dachgeschoss, aber eine alte Holztreppe, die da hochführt. Ja, andersherum, also ein anderes Experiment wäre ja jetzt eine von den Wohnungen mal richtig schön zu machen. Also immer noch nie Luxus. Nie Luxus braucht diese Zielgruppe überhaupt nicht. Ich will auf möblierte Vermietungen an Studenten hinaus. Die braucht kein Luxus, aber die hat bestimmte Anforderungen, die man wunderbar erfüllen kann. Also dass man die Wohnungen in Ordnung macht, darauf ausrichtet und dann mal guckt, kriegt man da vielleicht mit einer möblierten Vermietung, ja, das ist Aufwand und das muss man organisieren, aber das kann man auch organisieren, kriegt man da dann vielleicht sogar 7,50 Euro oder sowas. Und ist das dann eigentlich ein geiler Case, das Haus nach und nach wirklich in einen ganz, ganz tollen Zustand zu bringen, während man gleichzeitig einen guten Cashflow hat? Ist das vielleicht eine super Antwort? Also ja, man muss sich dann mit Steuern, mit GmbHs, bauen wir noch eine zweite und sowas, aber das kriegt man auch alles organisiert. Ja, also ich hoffe, man merkt einfach, wir probieren da jetzt rum. Also wir sind wirklich in dieses Haus rein und lernen jetzt im Detail den Markt nochmal kennen. Du kennst ihn schon ein bisschen besser als wir oder kennst ihn viel besser als wir, kennst du überhaupt. Wir haben Indikationen und jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich glaube, ich bin tatsächlich, also ich möchte unbedingt Möblierung ausprobieren. Ja. Weil wenn das funktioniert, dann kriegen wir dafür wahrscheinlich 12 Prozent Rendite, könnte ich mir vorstellen. Und die Entscheidung, die wir heute Abend so ein bisschen treffen müssen, ist ja wirklich, machen wir die gute Sanierung, beändern vielleicht Grundrisse, legen schon mal Rohre hoch, bereiten das vor oder pinseln wir nur drüber im Prinzip, damit wir jetzt einfach wieder neu vermieten können. Das nächste Thema... Ich glaube, was kommt raus? Ja, es hat ja auch noch die... Goldene Mitte, wahrscheinlich, so wie immer. Ja, genau. Was aber oft auch schwierig, ja? Ich meine, wir müssen auch auf 15-Prozent-Grenze zum Beispiel erachten. Also logischerweise wollen wir nicht, dass solche Kosten dann steuerlich nicht sofort abzuschreiben sind, wohingegen das wieder total interessant sein kann, wenn man das macht und dadurch auch noch den ganzen Cashflow quasi steuerfrei vereinnahmt, weil man eigentlich jedes Jahr drei, vier, fünf Wohnungen durchsaniert und das alles steuerlich geltend macht als Werbungskosten. Genau, also muss man genau hingucken. Also es ist super spannend. Aber das Ding ist, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen planlos oder ratlos, aber das Ding, das ist einfach, das ist ein super guter Deal und es gibt verschiedenste Varianten, damit jetzt Geld zu verdienen. Wichtig ist erstmal, wir haben ihn und jetzt können wir damit arbeiten. Nein, das ist auch nicht planlos, sondern es gibt ein paar Grundannahmen, oder ein paar Grundkennzahlen, die man sich anschaut. Das ist glasklar, dass das mega ist, hier rein zu investieren. Brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht diskutieren. Die Lage dazu auch noch. Also es ist wirklich eine krass gute Lage auch. Und das machen die allermeisten Investoren so. Und das machen auch wir so. Du weißt, der Deal ist gut und dann guckst du mal, was du mit der Immobilie machst. Das musst du auch wirklich teilweise pro Immobilie, selbst wenn du den Mikromarkt schon kennst und die Mikrolage schon kennst, musst du wirklich pro Immobilie, glaube ich, über die Zeit lernen, was am besten damit zu machen ist. Und das lernen wir und wir werden davon berichten, würde ich sagen. So sollten wir das tun. Ich freue mich drauf. Nochmal, danke Tobi für den geilen Deal. Auf jeden Fall weitere to come, to be continued. Auf alle Fälle. Ja, das ist nochmal ein Thema für ein anderes Video, auf jeden Fall habe ich dazu nochmal. Naja, welche Standorte, Ziele und so weiter, was wir noch vorhaben. Da können wir jetzt noch... Ja, ja, da können wir uns eine Stunde drüber reden. Da reden wir jetzt auch noch einen ganzen Abend drüber. Ja, genau.